In diesem Video zeige ich dir, wie du über den Winter dein Putten verbessern kannst. Und das Ganze passiert in deinem eigenen Wohnzimmer. Also bleib dran, wir starten jetzt! In diesem Video sprechen wir über vier Sachen, die man beim Wintertraining verbessern kann. Das Erste, worüber wir sprechen, ist, welche Distanz ist es am besten zu trainieren im Winter. An zweiter Stelle kommt dann, welche technischen Basics kann ich verbessern, um nach dem Winter gerüstet zu sein für die richtige Welt. Der dritte Punkt ist die Routine, ganz eine wichtige Sache. Und die vierte Sache ist Performance, wie kann ich das Ganze unter Druck abrufen, wenn es dann wieder warm wird und es wieder so weit ist. So, gehen wir jetzt jeden Punkt einmal einzeln durch. Bevor wir wieder starten, habe ich eine kleine Geschichte für euch. Und zwar, als ich ein Jugendgolfer war, mit so 13, 14 Jahren gerade begonnen habe, so kadermäßig Golf zu spielen, hat mein Vater eine brillante Idee gehabt. Und zwar in unserem Wohnzimmer hat er den Teppichboden einfach rausgelöst, ein Loch hineingeschnitten in der Größe eines Golfloches, den Boden aufgestemmt und hat eine Kuchenform in der Größe eines Golfloches in den Boden bei uns im Wohnzimmer reingegeben, mit Quick-Beton ausgefüllt. Und wir hatten ein echtes Loch im Wohnzimmer. Und ihr könnt euch vorstellen, wie meine Mutter erfreut war, als sie nach Hause kam und auf einmal mitten in ihrem Teppichboden ein Loch war, mit einem echten Loch. Sie hat es meinem Vater verziehen und ich hatte eine super tolle Trainingsmöglichkeit für die kommenden Jahre. Und ich habe tatsächlich wahnsinnig viel Zeit im Winter verbracht beim Putten. Und ich habe damals wirklich Puttskills entwickelt, damit ich wirklich ein guter Putter bin bis zum heutigen Tage. Es muss ja nicht gleich ein Loch im Wohnzimmer sein, aber ich würde sagen, eine sehr qualitativ gute Puttingmatte tut es auch. Und auf alle Fälle sollte so etwas parat liegen. Und wenn du die Puttingmatte auflegst, solltest du bitte auch schauen, dass das wirklich dann gerade liegt, dass da keine Brecks drin sind, damit du wirklich bei deinen Technikübungen wirklich gerade Patz hast. Die, in meinen Augen, wichtigste Distanz für den Hobbygolfer ist die Distanz von ungefähr einem Meter. Bitte, wie oft übt man während der Saison einen Meter Patz, beziehungsweise gerade einen Meter Patz. Meistens kommt man direkt aus dem Auto, schlagt vielleicht ein paar Bälle, haut ein paar Patz vielleicht. Aber so richtig hinstellen und kurze Patz üben, glaube ich, macht man ganz, ganz selten. Und hier im Winter hat man wirklich die Möglichkeit, andauernd kurze Patz zu trainieren. Und gerade dieser Ein-Meter-Patz, bei diesem braucht man ein bisschen ein Selbstvertrauen, damit man die reinbringt. Und ich würde immer wieder, wenn du zu deiner Pattingmatte kommst, einfach mal ein paar Ein-Meter-Patz machen, einfach, dass du ein gutes Gefühl bekommst. Wenn du dann von dir aus sagen kannst, ich werde jetzt wirklich, wirklich sicher und fühle mich wohler, dann kannst du dich steigern und dann natürlich auch Patz zwischen einem und zwei Meter öfters trainieren. Natürlich, wenn du die Quote zwischen den ein- und zwei-Meter-Patz erhöhst, wird dein Score im nächsten Jahr purzeln. Und auch hier lochen am Meteor-Golfer viel zu wenig Patz. Das heißt, wenn du dir sicher bist bei einem Meter Patz, steigere dich und dann versuche auch die Patz zwischen ein und zwei Meter zu lochen. In weiterer Folge wäre es natürlich gut, wenn du auch lange Patz üben kannst. Und zwar, da wären Patz über sieben Meter sehr gut zu trainieren. Oft hat man natürlich nicht die Möglichkeit und die Pattingmatte ist wahrscheinlich auch nicht sieben Meter lang, aber vielleicht ist es bei dir auch irgendwo zu Hause so, dass du irgendwo einen Teppichboden hast, so wie damals bei mir im Wohnzimmer und dass du vielleicht längere Patz machen kannst. Also wenn du kannst, würde ich dir auch empfehlen, dass du Patz über sieben Meter trainierst und schaust, dass du wirklich in den Korridor von einem Meter kommst, damit eben dieser Ein-Meter-Pat danach hineingeht und du nie mehr drei Patz spielst. So, sprechen wir über die Pat-Technik und was wir da im Winter verbessern können. Normalerweise ist es ja so, dass Amateur-Golfer, Hobby-Golfer für das Patten denselben Griff verwenden wie für das lange Spiel. Meistens einfach nur deswegen, weil sie sich einfach damit nie beschäftigt haben. Es gibt keine bessere Zeit als den Winter, sich nun endlich einen richtigen Pat-Griff anzueignen. Ein Pat-Griff zeichnet sich darin aus, dass er nicht so sehr durch den Fingern geht, sondern vielmehr durch die Handfläche und da gibt es eine Menge Arten von Griffen, wie man den Patter am besten angreifen kann und da sollte man dann auch mit einem PGA Professional vielleicht durchgehen und vielleicht auch einen passenden Griff finden. Aber wie gesagt, der Winter ist ein hervorragender Moment, um sich mit einem Pat-Griff zu spiegeln, weil der fühlt sich normalerweise wirklich furchtbar an. Aber wenn man ihn gemeistert hat, dann hat man meistens wesentlich stabilere Handgelenke und wird auch die Schlagfläche dadurch besser kontrollieren können und wird dadurch auch mehr Patz auf der Richtung starten können und einfach mehr Patz damit einlochen. Das Zweite, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist, dass man eine konstante Ballposition hat und auch eine konstante Standbreite. Das heißt, wenn ich jetzt hier stehe, möchte ich ja normalerweise beim Patten den Ball nicht in der Mitte des Standes haben, was ja viele glauben, sondern der Ball liegt ein wenig links der Mitte. Die Idee ist beim Patten, dass man ja den Ball mehr in der Aufwärtsbewegung trifft und nicht so sehr in der Abwärtsbewegung, weil dann der Ball zum Springen anfängt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gesehen hat. Und wenn man eine konstante Ballposition hat, hat man auch eine höhere Voraussetzung, dass der Ball gerade starten kann. Das heißt, man wird auch wirklich darauf Acht geben bei den Übungen, dass der Ball ein bisschen links der Mitte liegt. Das Nächste, was ich als wichtig empfinde, ist die Aushullänge bzw. Durchschwunglänge. Viele Hobbygolfer haben gelernt, dass man kurz ausholen soll und dann lange hinterherfahren soll. Man spricht auch von diesem ein Drittel zurück, zwei Drittel durch. In der Zwischenzeit weiß man durch viele Messungen mit Profigolfern, dass nur die wenigsten Profigolfer ein Drittel zurück gehen, zwei Drittel durch, sondern die meisten haben eher so ein 50-50-Verhältnis oder es gibt sogar viele, die weiter ausholen, wie sie durchschwingen. So eher so 60-40. Wenn du jemand bist, der es gewohnt ist, kurz auszuholen, lange nachzufahren, bist du wahrscheinlich in einer Position, wo du wirklich Probleme haben wirst bei der Distanzkontrolle. Vielleicht gar nicht so bei den kurzen Parts, aber bei der Distanzkontrolle ist das nicht optimal. Und da eignet es sich natürlich im Winter, dass man dieses Verhältnis ein wenig verändert. Was man dann tun kann zum Beispiel ist, dass man eine Münze hinlegt hier und eine Münze hinlegt auf der anderen Seite. Und ich möchte, dass der Abstand von Ball zu dieser Münze der gleiche ist, wie der Abstand von Ball zu dieser Münze. Das heißt, das ist dieses 50-50-Verhältnis. Wenn man das hat, ist man meistens in einer nicht schlechten Position. Und jetzt kann ich zum Beispiel Probepatz machen und schaue, dass ich hier genau das mache. Wenn ich mich dabei erwische, dass ich das mache, dann ist das nicht optimal. Zumindest glaube ich das. Und ich würde eher schauen, dass du in dieses Gefühl reinkommst, was ich gerade mache. Wenn du sagst, es passt, stellst du dich hin, versuchst den Ball dann hier ein bisschen links in der Mitte im Stand zu haben und versuchst dann mit dem gleichen Schwungverhältnis durchzupatten. So, noch eine Sache ist wahnsinnig wichtig, die man eigentlich im Sommer nicht wirklich trainiert. Und das ist es, wo man den Ball auf der Schlagfläche trifft. Ihr kennt das hier wahrscheinlich selber, wenn man, gerade wenn man längere Patz hat, dann beginnt man den Ball überall auf der Schlagfläche zu treffen, aber nicht in der Mitte. Und auch bei den kurzen Patz ist das sicherlich einer der Hauptgründe, warum man kurzen Patz verhaut, weil man einfach den Ball wirklich irgendwo trifft. Hier eignet sich der Winter wieder hervorragend, dass man an der Mittigkeit arbeitet. Und was ich ganz gerne mache, ist, dass ich da meine beiden Münzen von vorhin ganz gerne hier auf den Patz so draufklebe, mit einem doppelseitigen Kleberband, dass nur der Sweetspot übrig bleibt. Und dann kann ich trainieren. Und sobald ich den Sweetspot nicht treffe, werde ich das sofort merken, weil der Ball in irgendeine Richtung geht. Übrigens, was auch sehr gut funktionieren soll, ich habe es zwar selber noch nie probiert, aber wenn man Gummibärchen nimmt und ein bisschen befeuchtet auf der Rückseite und hinklebt, bleiben diese angeblich auf der Schlagfläche kleben. Das heißt, man könnte auch statt den Münzen Gummibärchen hinkleben, links und rechts den Sweetspot, sodass der Ball gerade gerade noch reinpasst. Und das wäre auch eine sehr, sehr gute Übung für den Winter. Und ja, das restliche Backen könnt ihr dann aufessen. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist jetzt die Routine. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Und kann man wirklich ganz toll im Winter trainieren. Bei der Routine unterscheide ich zwischen zwei Sachen. Das eine ist, überhaupt die ganzen Abstände, die man so hat, immer wieder herzustellen. Und das zweite ist es, dass man immer wieder dieselbe Sache macht, den selben Ablauf. Aber fangen wir mit dem Abstand herstellen wir an. Du musst einmal herausfinden, wo ist bei dir die Ballposition am optimalsten. Du musst herausfinden, wie breit möchtest du stehen. Ich empfehle Amateurgolfen eher einen breiteren Stand. Vielleicht ist das etwas, was du mit deinem PJ Pro, deines Vertrauens, ausarbeiten willst. Auf alle Fälle würde ich, wenn du diese Position hast und sagst, ich möchte so breit stehen und ich möchte den Ball hier liegen haben, dann würde ich wirklich mit einem Maßband messen, wie breit ist der Stand. Ich würde messen, wie weit ist es von den Füßen zum Ball. Das ist auch dieser Abstand hier. Ich würde auch messen, wie weit ist der Ball vom linken Fuß rechts. Und ich würde mir auf der Puttingmatte auch Markierungen machen, dass du genau weißt, wo ist der linke Fuß, wo ist der rechte Fuß, wo ist der Abstand, wo liegt der Ball. Dass du immer dieselben Sachen machst. Das gehört für mich schon zum Routinetraining dazu. Oder vielleicht auch schon ein Teil zum Techniktraining, kann man streiten. Aber das ist auf alle Fälle etwas, was du immer gleich machen willst. Wenn du das oft machst, dann wirst du ein Gefühl bekommen, wie du stehen musst. Und es wird gleichmäßig sein und du wirst dich automatisch so hinstellen. Und wenn du das, wie gesagt, tausende Male machst im Winter, kein Problem, im Sommer oder im Frühjahr kannst du das spätestens. Wenn du jetzt diese Abstände beherrschst, dann geht es darum, dass du jetzt einen Prozess entwickelst, dass du immer dasselbe machst. Das heißt, du siehst viele Golfer, die stehen zuerst hinterm Ball und gehen dann von dort, von der Seite zum Ball und stellen sich hin. Dann richten sie die Schlagfläche aus und zielen, positionieren den Kopf richtig, nehmen die richtige Standbreite ein, die richtige Ballposition, nehmen ihren Griff ein und dann patten sie. Das ist nur eine Art, wie man das machen kann. Natürlich könntest du ja zum Beispiel zuerst den Griff einnehmen, dann dich hinstellen, dann zielen. Aber ich empfehle immer zuerst Schlagfläche, dann hinstellen, dann Griff. Egal, auf alle Fälle, es geht darum, dass es immer dasselbe ist und immer dasselbe Ablauf ist. Das heißt, wenn du jetzt diese Parts übst zu Hause, solltest du nicht nur einen Ball nach dem anderen reinhauen, sondern auch zwischendurch immer wieder, das machen wir am Golfplatz, hinterm Ball gehen, von der Seite kommen, die Schlagfläche wieder ausrichten, den Stand einnehmen, die richtige Breite, die richtige Ballposition und dann, wenn ich mich gut fühle, mit dem gleichen Rhythmus den gleichen Part machen. Und wenn ich das immer wieder wiederhole, werde ich so ein Vertrauen bekommen, dass ich eigentlich gar keinen kurzen Part mehr daneben hauen kann. Zumindest werde ich diesen Mindset haben. So, kommen wir zum letzten Punkt. Wenn du jetzt all dies trainiert hast, die Technik, die Routine, dich wohlfühlst, das Gefühl hast, du kannst alles einlochen, jetzt gehörst du geprüft. Und jetzt kannst du auch wirklich den Mindset dazu nützen, Performance-Tests zu machen. Was heißt das? Das sind einfach kleine Tests, wo du eine gewisse Anzahl von Parts lochen musst und wenn du es schaffst, hast du eine Belohnung. Und wenn du es nicht schaffst, hast du eine Strafe, eine Konsequenz. Das heißt, wie könnte das ausschauen? Zum Beispiel, du hast einen Putt aus einem Meter und du machst jetzt zum Beispiel 20 Putts und da müssen wirklich alle rein. Dann hast du nur einen einzigen vorbei, dann hast du eine Konsequenz, eine Strafe. Du kannst dann natürlich dann sagen, okay, wenn ich nicht so ein Profi-Golfer bin, ich bin ein bisschen schwächer noch, dann kannst du dir ein kleines Handicap einbauen. Du kannst sagen, okay, ich bin auch mit 17 zufrieden. Dann kannst du dir deine eigenen persönlichen Ziele stecken und auch schauen, dass du diese im Laufe der Zeit verbesserst. Aber ich glaube, 20 Putts, jeder rein, ist ein sehr ehrgeiziges, tolles Ziel. Weil wenn du das schaffst, wirst du dir dann auch draußen wesentlich leichter tun. Du kannst dann natürlich auch zurückgehen, zum Beispiel auf 1,20 Meter. Das ist dann 4 Fuß im amerikanischen oder englischen Maßsystem. Und da wissen wir zum Beispiel, dass die Profis 90 Prozent der Putts einlochen. Das heißt zum Beispiel, bei 20 Putts würde man erwarten, dass 18 Stück hineingehen. Bei 5 Fuß 1,50 Meter wären das 80 Prozent, also 10 Prozent weniger. Bei 6 Fuß 1,80 Meter wäre das dann wieder 10 Prozent weniger. Und so weiter und so fort. Es geht ungefähr bis 10 Fuß in diesen 10 Prozent Schritten weiter. Und so kann man sich dann ausrechnen, wie viele Parts man mit 20 Versuchen lochen muss, aus welcher Distanz. Und dann kann man eben sagen, keine Ahnung, ich bin auch einmal bei 2,40 Meter, das ist 8 Fuß. Ist zwar ein bisschen über der 2-Meter-Zone, das ist genau die 50-Prozent-Zone, wo die Profis 50 Prozent lochen. Da kann man dann zum Beispiel sagen, okay, da muss ich jetzt 10 von diesen 20 lochen. Wenn ich weniger habe, habe ich verloren, Konsequenz, wenn ich besser bin, Belohnung. Und wenn man diese Tests immer wieder macht, dann wird man merken, man wird sicherer, man wird auch dann unter Druck, auch in der echten Welt, dann wesentlich sicherer. Und dann kann es wirklich passieren, dass in einer wichtigen Situation der wichtige Part auch wirklich fällt und nicht verzichtet wird. Viel Erfolg beim Parten und bitte schaut euch als nächstes dieses Video hier oben an. Bis bald, tschüss.